Du kennst ja Christoph Daum, du hast ihn als Spieler, war dein Trainer kennengelernt, 97, 98 bei Bayern 04 Leverkusen. Was ist das für ein Typ, für ein Trainertyp? Also damals war er sehr, sehr akribisch, war er sehr versessen, auch im Detail. Das war eine interessante Erfahrung, die ich da machen durfte in Leverkusen. Wobei sich natürlich auch Trainer immer weiterentwickeln und wandeln. Aber man kann davon ausgehen, dass seine Mannschaft gut vorbereitet sein wird auf Hannover. Die werden uns kennen, die werden wissen, was auf sie zukommt und sie werden versuchen, sich darauf einzustellen.